Hallo und herzlich willkommen zu Kirby's Adventure. Äh, nicht Adventure Wii, wollte ich schon sagen. Willkommen zu Kirby's Star Allies. Wir beginnen da, wo wir, wir machen da weiter, wo wir den letzten Part aufgehört haben. Und zwar machen wir jetzt des Extra Level. Let's go. Da ist Ninja, den will ich haben. Erstmal mag ich es wegschleudern. Bam, 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 bam. Oh mein Gott, die Musik. Oh mein Gott. Fuck. Fuck. So. Nein, ich sage, wir gehen hier noch. Gib mir das flammende Schwerz. Wer ist der beste Ninja von uns, hä? Wer? Ups. Nicht ich auf jeden Fall. Warte. Du machst eigentlich hauptsächlich die extra Gebiete für Puzzleteile, glaube ich. Und halt für die 100%. Piu-piu. So. Ble Warte, hier ist ein Schlüssel irgendwo. Hä? Hier war ein Schlüssel? Ich bin gerade komplett verwirrt. Hä? Haben wir den verbrannt? Das kann nicht sein. Wir haben wirklich den Schlüssel nicht. Oh Mann. Oh mein Gott. Lauf. Schneller. Knapp. Sehr knapp. Ich bin dafür, dass Hell mehr Kirby-Spieler rausbringen sollte. Das ist das, was die Welt braucht. Scheiß mal auf neue Mario-Spiele. Kirby. Kirby ist wichtig. Alter, dieses Bonus-Level. Das geht ziemlich lange. Ja. Ja. Ich bin Arma. Äh, Feuer weg. Still leben. Ich glaube, wir werden auf die 35 Leben kommen. Ich weiß noch nicht, ob wir sterben werden oder nicht. Das ist so eine Sache, wo ich mir unsicher bin. Schade. Nicht der erste Platz. Es tut mir sehr leid. Aber wir haben das Puzzleteil nicht gefunden. Egal, dann machen wir halt den Boss. Let's go! Kawaii! Kawaii! Ah stimmt, es gibt's ja... Ja, eigentlich... Ich glaube, Max kann das eigentlich anschalten, oder nicht? Puch! Komplett überteilen, ey! Ich meinte mal... Äh... Du weg! Ah, meine Nasen wirkt! So! Bam, bam, bam! So! Hammer! Die Hammer-Fähigkeit ist übelst gut! Eine der besten Fähigkeiten! Wir können uns ja, glaube ich, die Geschichte von... Bautz? Buzzer? Irgendwo... Ah nein, wir müssen Buzzer spielen, ne? Er hat ihn einfach gefressen! Ich glaube, wir brauchen ihn sogar. Dann nehmen wir die Strahlhexe weg. Ja, wir brauchen ihn. Also Bunker... Bunkers! Werf mich! Bamm! Bamm! Freunde Wurf! Warum so viel Essen eigentlich? Kriegt man ja glatt Hunger? Der einzige, der hier Schaden nimmt, bin ich immer. Aber mir ist schon so oft passiert... Ich habe ja schon öfters mal das Spiel durchgespielt, auch. Aus Langeweile. Und ohne Scheiß ist es schon so oft passiert. Ich spiele das Spiel gerade so. Ich denke mir so... Ja, das ist so weit! Oh! Puzzle! Was? Ich wollte eigentlich das Level-Up hier aufheben. Habe ich jetzt alle geküsst einmal? Ein Küsschen gegeben? Boah, ich schwöre, mein Auge juckt extrem. Mein rechtes. Und das ist nicht gut, weil... Ich habe schon so... Hä? Ich habe wirklich Schaden durch den Waddle Dee genommen, ne? Mua! Küss mich! Max! Max! Ich werde meine Meinung nicht ändern. Max ist so einer gefühlt der besten Charaktere. Einfach im ganzen Kirby-Universum. Gnoms. 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 Also, ich sage nur gefühlt. Weil... Den... Platz, glaube ich, der besten Kirby-Charaktere verdient. Irgendjemand anderes. Ich weiß es nicht. Aber Max ist so cool. Ich weiß noch nicht, wen wir nehmen. Also, Dark-Mail-A-Night ist edgy. Einfach nur. Servus. König DDD. Erzfeind. Ich würde nicht sagen, dass wir Erzfeinde sind. Wir sind Freunde nur mit gewissen Differenzen. Bam. 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 Gnoppen Aiehiiieiieieiie Hoof. highlighted Ruf Das Obst ist ja voll vergamm... Obst? Gemüse? BAM! DIE! Schwächling! Beta-Tier! Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war ein tolles Let's Play. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Mein Name ist Domme. Vergiss mich nicht. Ich bin... Ich versuche jeden zweiten Tag was hochzuladen. Dankeschön. Ach komm, ich wusste das doch. Das wisst ihr doch auch. Weiter geht's. Ihr wisst eigentlich ganz genau, dass ich das auch wusste. Ich wollte nur einen kleinen Scherz machen. Bitte abonniert mich nicht. Traumfreund! König DDD! Ähm... Ja. Traumfreund. Neue Traumfreunde verfügbar. Jaaa! Daro... 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 Bester Charakter! Welt voller Wunder! Planet Pop! Let's go! Machen wir weiter! Äh... Fünf Level... glaube ich insgesamt, ne? ...freundliches Feld... ...freundliches Feld... ...bam... ...bam... ...ha... Ich liebe dieses Spiel. Oh, in der Kiste. Endlich lohnt es sich endlich mal, Laub hier zu fegen. In meinem ganzen Leben habe ich noch nicht so viel Laub gefegt. Weg mit dir. Weg mit dem Schmutz. Das finde ich witzig. Fegen wir das ganze Laub hier weg. Da erwarten uns Schätze und Geheimnisse. Geheimnisse erwarten uns dort runter. Weg mit dem Schmutz. Ich schwöre, diese Schlaffähigkeit ist einfach funny. Komm her. Aber ich kann viel besser fegen als du. Weg mit euch. Oh nein, ernsthaft? Ich glaube, wir holen als nächstes Dark Meta Knight. Weil der kann für uns, glaube ich, der kann für uns nämlich hier die Sachen wegschneiden. Windblaze. Säuse. Hä? Hä? Das hätte mich jetzt nicht gewohnt, wenn er das nicht gemacht hätte. Weil ich will schon gerne die Putze sein hier. Ich meine den Putzpimmel. Putzpimmel. Was? Wer, 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 was? Was hat er gesagt? Was hat er doch mal wieder gesagt? Nichts. Nichts. Nichts habe ich gesagt. Weg mit dem Schmutz. Ja, genau. Genau so, Max. Saug den Schmutz auf. Wir sind ein gutes Team, Max. Ich fege ihn weg und du saugst ihn auf. Oh nein. Ich dachte, der hätte das nicht aktiviert. Der würde das nicht aktivieren. Ich dachte das schon. Aber es ist zum Glück gut gelaufen. Wie kannst du es wagen, nur hier hinzukommen? Weg mit dir. Aus dem Bild mit dir. Freunde, Technik, mehr verhören. Mit dir wische ich den Boden. Du brauchst mir gar nicht mit deiner bomben Stimmung hier kommen. Dominika, bitte auf, irgendwelche Jokes zu machen. Niemals. Dich nicht. Ja, du hast doch ein Rad ab. Jetzt wird es rund. Dorme, bitte hör auf. Niemals. Ich werde niemals aufhören. Ich werde niemals aufhören. Mit, äh, mit, mit rund. So. Ich bin gerade... Ich versuche die ganze Zeit irgendwelche Jokes rauszuhauen. Verkack einfach übelst. Platz 1, Platz 1, Platz... Oh. Oh. Fast. So schade. So schade. Entschuldigung. Kawaii. Warte. Da ist ein Schalter. Scheiß drauf. Schiffrige Strände. Schiffrige? 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 Vergiss es. Schiffrige Strände. Stütz ab. Aua. Bonkers. Nein, der hat ihn einfach umgebracht. Scheiße, brauchen wir den Regenschirm? Nein, das kann nicht sein, wir brauchen nicht den Regenschirm, oder? Feuer? Brauchen wir... Nein, wir brauchen echt den Regenschirm. Und wir brauchen Feuer. Und wir brauchen Feuer. Ähm... Das wird doch etwas komplizierter als erwartet. Okay, Bonkers. Ja, Kumpelschirm! 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 Der ultimative Regenschirm! Der ultimative Regenschirm! Ich mach euch allen... Ich halt euch den Regen fern. Das hat jetzt länger gedauert als erwartet. Das hat jetzt länger gedauert als erwartet. Mit dem Regenschirmgewehr! Mit dem Regenschirmgewehr! Regenschirmgewehr! Ja... Kennt überhaupt jemand noch Albradi, außer ich? Zumindest die Zeit mit dem Regenschirmgewehr. Aber bin ich schon wieder viel zu alt für sowas. Bonkers! Ich kann nicht nach oben. Alter, das wird ziemlich lange dagegen, das Level. Ja, bis zum nächsten Bus kommen wir nicht. Auf jeden Fall. Aber wir werden... Glaube ich die... Oh, es regnet. Wir brauchen zwei Regenschirme. Es tut mir leid, Bonkers. Das dauert ziemlich lange. Gibt es nicht noch eine Wüste? Gibt es nicht noch eine Wüste? Was haben wir denn jetzt freigeschaltet? Nein! Zusatzabschnitt! Ernsthaft? Oh nein! Aber ich will doch keine Zusatzabschnitte machen. Na schön, dann machen wir halt den Zusatzabschnitt noch. Später. Später. Irgendwann. Türchen öffentlich. Das ist doch ein schönes Spiel. Kurz vor Ende, das ist vor Neujahr. Kurz vor Neujahr. Kirby spielen. Ach ja, wenn dieser Part rauskommt, ne? Ich glaube, dann haben wir schon ein Neujahr. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr habt alle schön gefeiert. Ich hoffe, ihr habt eure ganzen Freunde... Ah, stimmt, da war ja was. Puh! Leo Loda. Wer braucht dich? Der kocht einfach unsere Freunde. Oh nein! Ich geh doch mal hier rein, ne? Max, du kannst doch weiter dein Bullshit machen, aber... Ne. Ne. Ne! Ja! War's das? Wir haben, glaube ich... Es gab, glaube ich, kein Puzzleteil, oder? Kein großes. Oh nein! Zusatz... Schnee und Eis, ne? Innere Insel. Oh nein! Okay, wir machen das so. Also, wir einigen uns darauf. Den Zusatzabschnitt. Und... Und die Eisige Ebene... Machen wir den nächsten Part, so wie die... Lava-Ebene. Dann haben wir drei Level. Und... Die Ruin... Was auch immer das ist... Machen wir... Den Part danach, okay? Aber wenn wir das früher schaffen, machen wir die Ruin noch dazu. Aber es gibt noch halt ein Feuer- und Eis-Level, glaube ich. Hier... An dieser Stelle. Also werden wir... Feuer und Eis auch noch machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Bleibt gesund. Ich meine... Ne, Moment mal. Wenn der Part hier rauskommt, dann... Ist schon längst ein Neujahr gewesen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön. Oh, ist hier eine unsichtbare Wand. Und... Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Auf Wiederschauen. Reingehauen. Keine Ahnung. Ciao. Hallo. Ciao.